Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Bitcoin zu kaufen und verkaufen. Leider ist die KYC-Methode die gängige, die die meisten Leute gewöhnlich auswählen, mit der Preisgabe von vertraulichen oder privaten Daten, allmöglichen Daten verbunden. KYC, know your customer. Aber man kann das Ganze umgehen, indem man nämlich auch das Risiko des Verlustes, der Konfiszierung, wie auch immer, weil es eben alles zentralisiert, kontrolliert und alles mit der Preisgabe von Informationen zu tun hat, kann man das Ganze umgehen, indem man BISC-Network herunterladet, installiert. Und wir werden das Ganze anschauen anhand eines Beispiels, anhand eines Kaufs von Bitcoin über BISC dezentralisiert, Open Source, ohne die Preisgabe, ohne die Enthüllung von irgendwelchen privaten Daten, Namen, Adresse, ID, Reisepass, Personalausweis, Gas- oder Stromrechner, also irre, was da alles abgelangt wird, das kann man alles umgehen mit BISC-Network. Aber wir schauen uns das an, anhand eines Beispiels, indem man Bitcoin kauft und jetzt tauchen wir ein. So, tauchen wir jetzt mal in das BISC-Network-Tutorial ein. Sie laden sich die Software herunter, Sie kennen automatisch, aha, welches Betriebssystem, Windows oder was auch immer. Sie können mit der Doppelwahl, also andere Version noch herunterladen, alle Downloads. So, bevor wir uns damit befassen, möchte ich Sie nur darüber informieren, dass alle Informationen zu den Grundlagen rund um Bitcoin-Geldbörsen finden Sie hier. Wenn Sie also etwas auffrischen möchten, können Sie hier die Videos von BTC Sessions auf seiner Seite im YouTube-Channel oder auf seinen Shownotizen finden. Zusätzliche Datenschutzoptionen, die ein Bonus für Sie sind und Ihnen bei der Verwendung von BISC-Network helfen können, insbesondere, ja, zum Beispiel Samurai Wallet, also, ja, es ist obsolet zurzeit wegen den Prozessen. Wenn Sie also Hilfe beim Verständnisoptionen benötigen, können Sie zurückgehen und meine Videos ansehen, abgesehen davon, dass das mehr oder weniger alles ist, was Sie hier tun müssen. Müssen Sie nur wissen, wie man ein Bitcoin-Wallet verwendet und möglicherweise müssen Sie ein kleines bisschen Bitcoin in die Hände bekommen. Das ist schon alles, bevor Sie mit der Transaktion beginnen und die Durchführung von Geschäften noch dezentralisierterweise machen. Beginnen Sie also hier, nachdem Sie BISC von der offiziellen Webseite herunter installiert und zum ersten Mal geöffnet haben, indem Sie sich ein paar Pop-Ups ausleihen, die Sie bei der ersten Verwendung initialisieren. Dies ist Ihr Landebildschirm. Schauen Sie uns mal an, was vor uns liegt. Sie beginnen also mit der Registerkarte Markt, Market ganz oben und dort werden alle Kauf- und Verkaufsangebote in Ihrer Region angezeigt, die in diese Währung angegeben sind. Wenn Sie die Drop-Down-Liste wählen, können Sie aus vielen verschiedenen Landeswährungen wählen. Wenn Sie beispielsweise in Europa sind, wird es derzeit einiges mehr an Angeboten geben als in Kanada. Aber keine Sorge, weil Sie Ihr eigenes Angebot festlegen können und diese Regeln relativ schnell ausgeschöpft werden. Das ist zumindest meine Erfahrung. So, was sehen wir hier? Also die Kriterien, Sie können auch Angebote zum Kauf von Bitcoin mit kanadischem Dollar oder was auch immer erstellen. Der Verkaufsbildschirm ist genau dasselbe, aber das Gegenteil. Wenn Sie Bitcoin haben und es verkaufen möchten und es verfügbar ist oder wenn Sie ein Angebot für ein Portfolio erstellen möchten, zeigt Ihnen alle offenen Angebote an, die Sie erstellt haben. Alle offenen Trades, mit denen Sie gerade zu tun haben. Also einen Überblick über alles, was Sie in Bezug auf Angebot, Käufe, Verkauf in BISC getan haben. Ihre Fondsseite ist praktisch Ihre Brieftasche und enthält alle Adressen in der Vergangenheit und Gegenwart, die verwendet oder ungenutzt sind. Und Sie können Bitcoin an jede dieser von Ihnen gewählten Adressen empfangen oder neue generieren. Sie können von hier aus auch Geld aus Ihrer BISC-Wallet senden und erhalten so, alle Funktionen im normalen Bitcoin-Wallet. Reservierte Gelder sind alle Gelder, die in offenen Angeboten reserviert sind. Gesperrte Gelder oder alle Gelder, die derzeit in Trades und früher in Transaktionen gesperrt sind. Wiederum alle Transaktionen, die irgendwas zu tun haben, was Sie mit dem BISC-Wallet getan haben. Die können Sie auch sehen in der oberen rechten Ecke. Sie sehen wieder einen aktuellen Marktpreis. Sie sehen das verfügbare Guthaben in der Brief, da schon alle reservierten oder gesperrten Gelder. Also wie zum Beispiel Treuhand, Treuhänderische. Oder die Einstellungsbildschirme. Hier können Sie Dinge wie Sprache, Land, Blog, Explorer festlegen. Also alles Mögliche. Transaktionsgebühren, wenn Sie sie festlegen möchten. Hier legen Sie auch die Märkte fest, an denen Sie interessiert sind. Also wiederum Ihre bevorzugte Währung. Euro, in dem Fall anderen Landeswährungen, wenn Sie sehen möchten, können Sie festlegen. Alle Alt-Shit-Coins, also fehlen, können Sie also über den Einstellungsbildschirm einstellen. So, um BISC tatsächlich einzurichten, Sie können Ihre Trades auf der Kontoseite hier ausführen. Ich möchte Sie bitten, Ihre Aufmerksamkeit zunächst auf die sekundären Registerkarten zu richten. So, also zum ersten Mal gehen Sie auf die Korintherseite. Sie werden aufgefordert, ein Passwort einzurichten. Stellen Sie sich sicher, dass das sicher ist und Sie sich das merken können. Abgesehen von diesem Punkt werden Sie jedoch während der ersten Verwendung von BISC überall ein paar Pop-Ups sehen. Okay, ich klicke jetzt einfach nur drauf. Ich verstehe, ich werde nicht mein Passwort eingeben, das ich zuvor hier eingerichtet habe. Wenn Sie dies jedoch tun und dann auf Entsperren klicken, werden Ihre Startwörter genau hier angezeigt. Dies sind Ihre Startwörter für Backup-Wallet, also für alle Gelder, die Sie in der BISC-Geldbörse befinden. Also, was Sie hinzugefügt haben oder gekauft und dann in Ihre BISC-Geldbörse gesteckt haben, was Sie sich im verfügbaren Guthaben oben rechts widerspiegelt. Also müssen Sie diese Wörter aufschreiben, bewahren Sie diese sicher auf, um diese Gelder zu sichern. So, sehr wichtig, bewahren Sie sie jetzt sicher auf. Ja, also ein Backup natürlich am besten, ja, also gibt es alle möglichen von Krypto-Tags und ich weiß nicht was alles. Aber wir werden da jetzt ein bisschen vorspulen bei BTC Session. Das ist eher so eine Art natürlich, ja, sicher, wichtige, ja. So, also abgesehen davon, Sie sichern etwas, also Sie sichern sich das Geldbeutel. Also, wie gesagt, die Startwürde hier beziehen, Sie sich speziell auf Ihre Brief-Tasche, die in BISC gespeichert sind. So, die Reputation Ihres Kontos, alle Konten, die Sie eingerichtet haben, all diese relevanten Informationen, Handelshistorie, all das, was Sie nicht gesichert haben, Sie müssen nur mit der Registerkarte sichern klicken. Hier können Sie einen Sicherungsspeicherort festlegen, der sich auf Ihrem Computer auf einer anderen SD-Karte vielleicht befindet, wo immer Sie es haben wollen und dann sichern klicken, was auch immer katastrophale Fehler passieren könnte, bei dem Sie alle Informationen verlieren, die hier wieder importiert werden können. Und jetzt werden wir einfach endlich zu den nationalen Währungskonten auf der linken Seite diese zweiten Reifung-Registerkarten springen. Sie können sehen, dass ich hier bereits ein paar eingerichtet habe. Ich habe eine persönliche Geschäft in meiner Stadt eingerichtet. Außerdem habe ich eines für Inter-E-Transfers eingerichtet. Das ist eine sehr bequeme Möglichkeit, jetzt Geld über ein Bankkonto in Kanada zu senden. Also, das sind so Kanada-spezifische Dinge hier. So, ob ich jetzt kaufe, verkaufe, okay. Okay, öffnet mir irgendwie die Kauf- oder Verkaufsoption. Wenn ich ein Konto hinzufügen möchte, kann ich auf Konto hinzufügen klicken. Es wird ein Dropdown-Menü geben und so weiter. Es gibt mir eine ganze Reihe verschiedener Optionen. Nehmen wir an, ich wollte Bitcoin mit Amazon Geschenkkarten kaufen oder verkaufen. Ich kann zum Beispiel hier klicken. Es werden nur ein paar grundlegende Dinge gefragt. E-Mail-Adresse, Handynummer. Wenn Sie sich Sorgen um Datenschutz machen, kann Sie eine Wegwerf-E-Mail- oder Dummy-E-Mail-Adresse verwenden, die Sie nur für BISC verwenden. Das ist in Ordnung. Sie wählen die Währung aus, in der es hergestellt wird. Okay, informiert Sie über alle Einschränkungen. Ja, diese Info kann nur von bestimmten Kaufmethoden und dann können Sie einen benutzerdefinierten Namen geben. Wenn ich also ein E-Mail eingeben würde, also sagen wir, ich würde das jetzt eingeben, kann ich auf mein neues Konto speichern klicken. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Okay, und jetzt sehe ich, dass die E-Geschenkkart von Amazon jetzt als Kauf- und Verkaufsoption eingerichtet ist. Das ist jetzt das Letzte, was Sie tun müssen, um zu handeln, nachdem Sie Ihr Portemonnaie hier gesichert und einige Währungskonten hinzugefügt haben. Das Problem besteht darin, dass Sie auf Guthaben zugreifen und eine bestimmte Menge Bitcoin zu Ihrem Portemonnaie hinzufügen müssen. Der Grund dafür ist, dass dies eine Möglichkeit ist, Betrug einzudämmen, wenn Sie mit Bankkonten und anderen Konten in der Landesbank zu tun haben. Ich verstehe immer das Risiko von Rückbuchungen, wenn jemand diese Transaktion rückgängig macht. Das ist bei Bitcoin offensichtlich nicht so sehr der Fall. Um alle ehrlich zu halten oder zu versuchen, um ehrlich zu sein, verlangen beide Parteien, der Käufer und der Verkäufer, einige Bitkoner von einem Treuhandkontos verwandeln. Das ist Operat. Dort erhalten Sie das Geld zurück, bis der Handel erfolgreich abgeschlossen wird. Sie müssen sich also nur noch auf dem Empfangsbildschirm mein Guthaben befinden. Dann müssen Sie die gewünschte Adresse auswählen. Wenn Sie dies verwenden, gibt es eine Historie, also auch zuvor verwendete Adressen. Daher ist es nicht sinnvoll, Adressen wieder zu verwenden. Ich gehe also auf eine Adresse, die noch nicht verwendet wurde. Und dann kann ich entweder diese Adresse kopieren, QR-Code scanne oder etwas Bitcoin an dieser Adresse senden. So, das ist wahrscheinlich 0,01 Bitcoin. So, was Sie hier zum jetzigen Zeitpunkt erstellen, diese Videos wahrscheinlich absichern sollten. Aber es hängt wirklich davon ab, wie viel Sie kaufen, basierend auf diesen Beträgen. Wie viel Sie für Einzahlungen bereithalten müssen. Das ist nur für den Fall, dass ich bereits Bitcoin an diese Brieftasche gesendet habe. Sie können sehen, dass das so ein verfügbares Guthaben vor allem ist. Sobald Sie die Brieftasche aufgeladen haben, können Sie sie loslegen. Hinweis zum Datenschutz. Wenn Sie Ihre Bitcoin an einer Online-Börse gekauft haben, die voll ist, KYC, und dann senden Sie diese Bitcoin direkt an BISC. Was ja Privatsphäre innerhalb von BISC einschränken oder schädigen könnte, wenn Sie direkt von einer Person gekauft haben oder Bitcoin haben, die Sie so vorher erhalten haben, dann weniger. Aber wenn Ihre einzige Option darin besteht, an eine Börse zu kaufen, dann kaufen Sie es an eine Börse und dann vielleicht versuchen Sie es irgendwie zu mixen. Da gibt es verschiedene Videos dafür. Da gibt es zum Beispiel Samurai Wallet. Jetzt ist es ein bisschen kontroverser, aber eine Join-Marke zum Beispiel oder irgendwie schauen Sie, dass Sie das irgendwie über Akku-Wallet vielleicht, On-Chain, Lightning und dann hin und her. Dann ist die Privatsphäre auch bewahrt. Jetzt gehe ich oben auf die Registerkarte Bitcoin kaufen, werfen einen Blick darauf, wenn Ihnen eine dieser Bestellungen zusagt, können Sie eine davon bestätigen und jetzt Ihr eigenes Angebot erstellen. Wenn ich bereits sagte, Liquidität in Kanada ist etwas gering, es gibt nicht viele Angebote, aber Sie können Ihr eigenes Angebot erstellen. Ich habe das neulich gemacht und war sehr schnell informiert. Ich hatte den gesamten Handel an diesem Tag abgeschlossen, sodass Sie möglicherweise nicht lange warten müssen. Wenn Sie ein anständiges Angebot unterbreiten. Um ein neues Angebot zu erstellen, können Sie auf der rechten Seite, werden Sie zu diesem Bildschirm weitergeleitet und dann wählen Sie die Art des Handels basierend auf den Währungskonten, die Sie eingerichtet haben. Vielleicht würde ich gerne hier ein persönliches Gespräch oder eine interne Überweisung Amazon durchführen, was auch immer in Ordnung ist. Nehmen wir an, ich wollte Amazon hier machen. Okay, ich klicke auf Amazon und an diesem Punkt kann ich die Menge und den Preis festlegen, vorausgesetzt Sie legen die Bestellung fest. Es wird versucht so einzurichten, dass es für Sie günstiger ist. Jetzt können Sie es auswählen. Geben Sie den Betrag in Dollar ein oder in Bitcoin. Okay, ich gebe den Betrag in Dollar ein hier in diesem Fall in dem Jahr und ich möchte 100 Dollar und dann heißt es, geben Sie den Prozentsatz ein, den Sie zahlen möchten, der unter dem Marktpreis liegt. Also günstig für Sie oder könnten Sie es auf Null setzen und einfach dann aktuell Marktpreis zahlen oder vielleicht möchten Sie etwas weniger zahlen. Okay, also habe ich es neulich getan, als ich 5% unter dem Marktpreis lag. Jemand hat mir tatsächlich dieses Angebot abgenommen und ich konnte es um 5% weniger als in hier oben rechts aufgeführt Marktpreis zahlen. Wird die Menge an Bitcoin berechnet? Alternativ können Sie auch die Menge an Bitcoin eingeben, die Sie möchten, bis Sie den gewünschten Prozentsatz erreichen und dann können Sie es so tun. Sagen Sie an dieser Stelle, wie viele kanadische Dolle in dem Fall halt senden müssen. Es gibt Ihnen alle anderen Optionen. Das ist so ziemlich alles. Also wir gehen zum nächsten Schritt. Das heißt, Angebot finanzieren müssen um Einzahlungsbedingungen, Menge Bitcoin. Okay, das ist also der Mechanismus, mit dem Sie sicherstellen, dass Sie nicht mit dem Geld auf andere davonlaufen. Es ist riskanter, Bitcoin zu verkaufen, als Bitcoin zu kaufen. Denn wenn Sie Bitcoin kaufen, senden Sie eine Art Fiat-Zahlung. Das ist reversibel, sodass Sie nicht so stark gefährdet sind, da die Bitcoin-Transaktionen für Sie weniger reversibel sind. Denken Sie also daran, dass es sicherer ist zu kaufen, als zu verkaufen, wenn Sie vielleicht Konten verkaufen, die es schon länger gibt. Eine ordentliche Menge an Sicherheiten, wenn es um Einzahlungen geht, die nur für den Fall, okay, das sieht alles gut aus und dass ich auf die Mittel warte. Also muss ich ein Portemonnaie grundsätzlich aus meiner BIS-Qualet aufladen. Okay, so steht da, dass ich Geld von meiner BIS-Qualet überweise oder ich kann das überweisen, ich kann diese Einzahlungsadresse mit einer externen Wallet finanzieren. Also jetzt werde ich diese stornieren, weil ich diesen Handel eigentlich nicht machen möchte. Ich werde das Angebot von jemand anderem annehmen. Das hier liegt, okay, also nehmen wir es an. Hier werde ich natürlich das Angebot nehmen, das hier steht. Also wenn Sie sich den Preis auf der rechten Seite ansehen, kann ich sehen, dass einige davon für mich nicht verfügbar sind. Warum könnte das liegen, dass es an meinem Konto liegt? Wenn Sie noch kein Konto unterzeichnet haben, bedeutet das, dass Sie einen Deal mit jemandem abgeschlossen haben, der ein Konto unterzeichnet hat und von anderen verifiziert wurde. Wenn Sie also einen Handel mit jemandem abschließen, der bereits ein Konto unterzeichnet ist, Ihr Konto jetzt ebenfalls unterzeichnet, dann gibt es eine 30-tägige Kulanzfrist, in der es wieder bestimmte Einschränkungen für Ihr Konto gibt, nur um zu versuchen, die Leute so ehrlich wie möglich zu halten. Sobald Sie die 30-tägige Kulanzfrist verstrichern werden, werden diese Beschränkungen aufgehoben, sodass ich derzeit nicht angemeldet bin. Also gibt es ein paar, davon kommen für mich nicht in Frage. Das zweite hier, es geht gut aus, also werde ich das Angebot hier annehmen. Ich sehe, es liegt 9 über dem Marktzins. Jetzt sagen einige Leute, es sei ziemlich viel Prämie. Ja, es ist höher als dieser Preis hier. Also ich neige dazu, es mir wie folgt vorzustellen. Wenn Sie Bitcoin an einer KYC-Börse kaufen, dann zahlen Sie tatsächlich einen Rabatt. Und dieser Rabatt wird Ihnen gewährt, weil Sie bereit sind, den dafür erforderlichen KYC in Kauf zu nehmen. Bei dieser Börse handelt es sich tendenziell eher um den tatsächlichen Marktkurs, bei dem Sie tatsächlich Peer-to-Peer-Transaktionen durchführen. Aber es ist meine Meinung, ich werde dieses Angebot zum Kauf von Bitcoin annehmen. Zeigen Sie also mir, dass es sich um einen interaktiven E-Transfer handelt. Das ist, wie die Person angeboten hat. Das ist, worüber es über kanadische Dollar verkauft. Also ist ein festgelegter Betrag, den einige Händler hier oder einige Einzelpersonen einen Schwellenwert festlegen, der sie zwischen anderen verkaufen möchten. Ich möchte so viel Bitcoin verkaufen, so viel Geld, also wird mir das 267 in dem Fall wieder 9% über den Marktpreis kosten. Und dann wird es auch eine Transaktionsgebühr geben, eine große reguläre Bitcoin-Transaktionsgebühr. An diesem Punkt, den nächsten Schritt mache ich hier noch eine Zusammenfassung der benötigten Handelsgelder. Ich muss Bitcoin auf diese Adresse einzahlen, entweder von meiner BISQ-Wallet oder von meiner externen Wallet. Also ist die Einzahlung nur die Kaution, damit ich nicht mit dem Geld davonlaufe. Die andere Person rennt nicht mit dem Geld dann davon und muss das Gleiche tun. Also mache ich weiter. Ich überweise von meinem BISQ-Wallet. Und dann heißt es, dass ihr Trading-Wallet ausreichend gedeckt ist. Es erscheint ein Pop-Up, das ist alles gut. Und ich werde auf Rezensionen klicken und ein Angebot. Bitcoin kaufen und verkaufen, kanadische Dollar und bla bla. Sie erhalten 0,01 Bitcoin. Sie geben 267 aus. Der Preis pro Bitcoin beträgt also in diesem, also jetzt in diesem Zeitung 26, 47 kanadische Dollar. Zahlungsmethode ist interaktive elektronische Überweisung. Okay, jetzt bekomme ich einige Informationen über die Angebots-ID. Die, alle Informationen sind hier. Vertrag mit der Annahme des Angebots. Ich stimme in den Handelsbedingungen zu, wie in diesem Bildschirm definiert. Ja, das sieht gut aus. Ich werde zuschlagen. Bestätigen Sie. Was kommt als nächstes? Es schaut alles gut aus. Also erfolgreich angenommen, Angebot. Status Ihres Handels im Portfolio können Sie hier sehen. Offene Geschäfte. Okay, jetzt kann ich zum Portfolio gehen. Und dort wird mir angezeigt, dass ich auf eine Bestätigung meiner Einzahlung erwarten muss. Die Einzahlungstransaktion ist in Ordnung. Wir sind also zurück, sobald es erledigt ist. Und dann kann ich mit der Zahlung beginnen. So ein paar Augenblicke später. Meine Bitcoin erhalte ich hier, sobald Sie eine Bestätigung Ihrer Einzahlung haben, erhalten Sie eine Benachrichtigung von jedem Ort im BISC, an dem Sie sich befinden. In der oberen rechten Ecke wird diese kleine Benachrichtigung angezeigt, sodass Sie direkt zum Portfolio wechseln können, wenn Sie sich bereits daran befinden. Dann wird hier die Meldung, Achtung, erforderlich für den Handel mit der ID angezeigt. Anstellen Sie, erhalten Sie eine Meldung. Die Handels-ID ist in Ordnung. Jetzt wird mir gesagt, an wen ich diese elektronische Überweisung sende, welche E-Mail-Adresse und welche Sicherheitsfragen erforderlich sind. Natürlich werde ich das für Video unkenntlich machen. Und das ist alles. Also muss ich hier so noch tun. Und jetzt kann ich einige dieser Informationen aufschreiben. Aber ich gehe zu meinem Online-Banking und sende dann eine elektronische Überweisung. Wenn Sie eine andere Zahlungsmethode verwenden, würden Sie diese Zahlungsmethode initiieren und fortfahren. So, von dort erhalte ich dann diese Informationen und beginne mit der Zahlung und meinem Online-Banking. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass Sie alle Anwesungen befolgen, die in der von ihm verwendet Zahlungsmethode festgelegt wird. Wie zum Beispiel in dieser elektronischen Überweisung stellen Sie sich sicher, dass ich in der E-Überweisung einen Grund für die Zahlung angegeben habe. Zum Beispiel die ID des Handels, die hier auf diesem Informationsbildschirm aufgeführt ist. Sobald ich das getan habe, habe ich die Zahlung eingeleitet. Ich habe alles getan, was ich hier brauche. Klicken Sie einfach auf die Schallfläche Zahlung gestartet und bestätigen Sie dann erneut, dass Sie mit Zahlung begonnen haben. Also gesperrt für den Fall, dass irgendwas schief geht. Sobald es erledigt ist, wird es als abgeschlossen angezeigt und kann wählen, was ich mit meinem Bitcoin machen möchte. Wir sind also gleich wieder da. Also sieht es gut aus, als ob hier alles so gut gelaufen ist. Wenn Sie sagen, dass eines Ihrer Zahlungskonten von einem Handelskollegen verifizierend signiert wurde, wird Ihr anfängliches Handelslimit aufgehoben und Sie können in 30 Tagen weitere Konten signieren. Den Signierungsstatus aller Konten finden Sie im Kontobereich so effektiv, dass ich jetzt einen Handel mit jemandem abgeschlossen habe, der ein unterschriebenes Konto verfügt. Hat er bestätigt, dass ich erfolgreich bezahlt habe. Dadurch hat er mein Konto unterschrieben, was bedeutet, Beschränkungen aufgehoben, mit denen ich Transaktionen durchführen kann innerhalb von 30 Tagen, sodass ich schließen kann. Hier kann ich eine Zusammenfassung des abgeschlossenen Handels sehen. Ich habe 0,01 Bitcoin gekauft, den Betrag, den ich bezahlt habe, die zurückgestattete Kaution, die ich für die Sicherheit des Handels gesperrt hatte und die Handelsgebühr, die 6% betrug, also weniger 1%, also weniger des Gesamten. Ja, also Gebühr, dann kann ich hier die Gelder in meine BISQ-Wallet behalten, damit ich sie abheben kann und die Wallet stecken kann oder weiterleiten, die sich hier auf meine BISQ-Wallet befindet oder kann sie auf eine externe Wallet weiter transferen. Also ist die externe Wallet eine gute Idee, insbesondere wenn Sie Gelder in Ihrem BISQ-Wallet haben, das würde ich Ihnen empfehlen, mit einer KYC-Börse verbunden, Gelder vermischen und so weiter. Wenn Sie nicht Coin-Joint wurden oder gemixt wurden, riskieren Sie dann bei möglicher Privatsphäre. Da ist es nämlich keine schlechte Idee, etwas auf dem Desktop oder auf einem anderen externen Gerät zu haben. Für diese Zwecke dieses Videos wiederum Geld kann ich hier abheben, also eine Art Wegwerfkonto. Also behalte ich das Konto einfach in der BISQ-Wallet, ich werde das vorher tun, aber wenn Sie auf ein extra Wallet abheben, transferieren, also nach einer, ja, dann kann ich das natürlich Geld im BISQ-Wallet her sehen, Glückwunsch zum Abschluss Ihres Transaktions. So, die Abhebung ist hier erfolgreich durchgeführt und es wird mir angezeigt, dass der letzte Handel für 267 kanadische Uhr-Dollar in Ordnung ist. So, ich werde auf die Person klicken, mit der ich gehandelt habe, um diese Informationen und alle Informationen über den Handel zu erhalten. Damit habe ich den Handel erfolgreich abgeschlossen und gekauft und Bitcoin mit kanadischem Dollar, also über eine interaktive elektronische Überweisung. Auf BISQ bei verschiedenen anderen Zahlungsmodellen wäre es ähnlich, je nachdem, wie Sie sich dafür entscheiden. Auf der Verkaufsseite ist es im Grunde genommen dasselbe. Bedenken Sie doch, dass dort ein höheres Risiko besteht. Der Betrug liegt hier daran, dass wenn ich Bitcoin kaufe, sobald ich Bitcoin erhalte, so, damit ich sie habe. Wobei das Gegenteil für eine Person, die Bitcoin verkauft, nicht so wahr ist. Also, weil Banküberweisen solche Dinge im Nachhinein Rückling machen können. Also einfach denken Sie daran, wenn Sie das Risiko beim Verkauf minnen möchten, können Sie ein paar Dinge tun. Sie können nur mit Leuten zusammenarbeiten, die ein Konto unterzeichnet haben. Das ist gut. Sie können auch versuchen, Transaktionen in kleineren Beträgen durchzuführen. Aber lassen Sie es lieber machen. Machen Sie große Geschäfte, wenn Sie sich darüber Sorgen machen. Wenn Sie Bitcoin verkaufen, dann können Sie auf mehrere Zellen verteilen, anstatt sich darauf zu verlassen, dass eine Person ehrlich ist. Sie können also auch höhere Reserve und höhere prozentale Einzahlung verlangen. Also eine Art Treuhand. Wenn dies der Fall ist, kommt jetzt auf den Betrag an, der erforderlich ist. Aber damit jemand mit den Geschäften tätigen kann, das kann bestimmte Leute davon abhalten, mit Ihnen zu handeln. Wenn Sie sich jedoch große Sorgen machen, ist das auch eine Option für Sie. Aber Verkauf reicht aus. Mehr oder weniger, Sie können Angebote annehmen oder die vorhanden sind oder Sie können ein neues Angebot erstellen, wie wir verkauft gesehen haben. Lassen Sie uns also kurz zusammenfassen, was erforderlich ist, um Herunterladen vom Software bis zum erfolgreichen Abschluss eines Handels mit bis zu gelangen. Natürlich müssen Sie Herunterladen installieren. Sobald Sie sie heruntergeladen installiert haben, gelangen Sie auf Ihre Kontoseite, auf der Sie ein Passwort einrichten müssen. Sobald Sie ein Passwort eingerichtet haben, möchten Sie den Seed, also Ihres Wallets sichert, also die Wörter, also die zwölf Wörter. Dann möchten Sie die Festplatte selbst als Datei sichern und dies möglicherweise in regelmäßigen Abständen tun. Also wenn Sie verschiedene Konten hinzufügen, diese Informationen, diese Sicherung widerspiegeln werden müssen. Wenn Sie sich also nicht mal Sorgen machen, speichern Sie eine Weile ein neues Backup, Ihre BIS-Wallet, sondern den eigentlichen Backup-Teil. Also in regelmäßigen Abständen müssen Sie Konten in Landeswährung erstellen, was auch immer Sie in eTransfert, Amazon und so weiter. Was auch immer Sie möchten, wenn Sie sie verwenden, dann müssen Sie diese nur einrichten und dann ein wenig Bitcoin als Anzahlung hinzufügen. Eine Sicherheitsleistung für alle Trades, die Sie möglicherweise getätigt haben. Sobald Sie es getan haben, können Sie dann auf der Seite Bitcoin kaufen, ausführen, machen Sie einen Handel oder stellen Sie ein Angebot, warten Sie auf, dass jemand es annimmt und schon sind Sie fertig. Wir haben ein paar verschiedene Dinge nicht angesprochen. Ich wollte versuchen, dies so weit wie möglich zusammenzufassen. Nun viele der Schritte, die hier erwähnt werden, natürlich handelt es sich nur um erste Schritte für die Ersteanrichtung und danach können Sie problemlos Transaktionen durchführen, ohne zu wiederholen müssen. Aber auch hier haben wir bestimmte Dinge nicht angesprochen. Wir sind hier nicht zu tief in die Einstellungen eingestiegen, die wir angesprochen haben, bis Gtoken etc. etc. Wie das Projekt finanziert und eine Menge andere Dinge. Aber wenn Sie darüber erfahren möchten, können Sie auf die Website gehen. Dort gibt es ein tolles Tutorials, BISC Network, Keep It Simple, Bitcoin, was ein weiterer toller Kanal ist. Also habe ich meinen Lieblingskanal hier auf meiner Kanalseite darauf verlinkt. Es gibt eine Menge Informationen, also werde ich diese kurz und einfach halten. Ich hoffe, Sie fanden Sie hilfreich und bitte lassen mich wissen, was Sie für Fragen haben. Abschließend möchte ich nur noch sagen, das BISC Network ist wirklich einfach Hand zu haben. Man muss jetzt auch nicht alle Details wissen, weil BISC Sessions oder Ben Perrin hat auch ganz tolle Video-Tutorials dazu gemacht, eingehend. Aber es reicht wirklich für den Kauf und Verkauf von Bitcoin, sich einfach ein Konto einzurichten. Und sobald man auch ein Konto quasi signiert bekommen hat, dann wird auch das Limit danach aufgehoben. Und man kann selber auch ein Angebot erstellen bzw. ein Angebot annehmen. Die prozentuale, sozusagen die treuhänderische Sicherungs-Beträge da auch selber festlegen oder wie viel Prozent unter dem Marktpreis oder über dem Marktpreis man bereit ist zu zahlen. Und ja, es ist wirklich auch für jeden Bitcoin-Anfänger praktisch und leicht Hand zu haben, zu nutzen. Und ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, da es sozusagen die Preisgabe des Risikos über ein zentralisiertes, gewöhnliches KYC-Bitcoin-Börse, dass sozusagen das Risiko einfach umgangen wird bzw. aufgehoben wird dadurch. Ja, ich kann nur jedem empfehlen, Bitcoin-Network mal auszuprobieren auf jeden Fall. Sei es zum Kauf von Bitcoin oder Verkauf von Bitcoin. Man kann ja auch mit kleineren Beträgen mal beginnen. Und ja, probieren Sie es aus und lassen Sie mich wissen, wie Sie darüber nachdenken. Was sind Ihre Meinungen, was sind Ihre Gedanken dazu? Gibt es irgendetwas, was vielleicht noch fehlt bei den Instruktionen, bei dem Leitfaden, vor allem auch von BTC Sessions, die ich hier auf Deutsch versuche, soweit es möglich, auf Deutsch zu synchronisieren. Dankeschön, mein Name ist Kevin Davani, ich bin der Host der Davani Connection Show. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.